Hey, das ist viel zu brutal. Hatten die damals keinen Jugendschutz? Ah! Erstaunlich, wie viel nachspielbare Gewalt sie in den 40er Jahren im Fernsehen gezeigt haben. Nicht wahr? Ja, seitdem weiß jeder, wie gefährlich Mäusefallen sind. Ho, ho, Käse! Vielen Dank, aus einem Hund gefertigter Hocker. Hier gibt's wirklich die einmaligsten Sachen. GUN, DOK mü, DOK mü, DOK mü, DOK mü, DOK mü. GUN, DOK mü! Gefe! Ja, das geht um. GUN, DOK mü, DOK mü! Sing, DOK mü! GUN, DOK mü! Untertitelung des ZDF, 2020